Strabag Hallo zusammen, ich bin Patrick. Ich mache die Lehre bei Strabag als Baumaschinenmechaniker und bin im ersten Lehrjahr. Heute werde ich euch mal meinen Berufshalter zeigen. Also, let's go! Meine Lieblingstätigkeit ist, die Maschinen, die frisch reinkommen, zu kontrollieren, ob alles funktioniert, dann die Fälle zu finden und sie zu beheben. Ich habe mich für Strabag entschieden, weil Strabag eine sehr grosse Firma ist. Und ich persönlich habe einfach das Gefühl, dass bei grösseren Firmen besser zu den Lehrlingen geschaut wird und sie mehr gefördert werden als bei kleinen Firmen. Das Coole an meiner Lehre ist die Vielseitigkeit der Maschinen. Man hat verschiedenste Motoren, Maschinentypen. Dazu kommt noch, man ist nicht immer nur in der Werkstatt. Man kann auch auf Baustellen, dort Fälle beheben, lernt die Leute kennen. Ich bin jetzt hier bei einem Rahmen, also genauer gesagt bei der ABI 2 und mache jetzt hier einen Abgastest, weil der alte Abgastest abgelaufen ist. So, wenn dir der kleine Einblick in meinen Berufsalltag gefallen hat und du vielleicht auch gerne würdest Bobmaschinenmechaniker lernen, bewirbt dich bei Strabag und werde ein Teil von unserem Team. Musik ... ... Untertitelung des ZDF, 2020